Es gibt wieder eine Verhaftung eines russischen Generals. Was steckt dieses Mal dahinter? Dieses Mal handelt es sich nicht um irgendeinen General aus dem Verteidigungsministerium, für den sich sowieso die Soldaten nicht interessieren, wie das ja häufig ist, sondern dieses Mal geht es um einen äußerst populären General, Ivan Popov heißt er. Das war der Chef der 58. russischen Armee und er war einer der zentralen Köpfe bei der Verteidigung im Süden der Ukraine, im Bereich Saparoche, letztes Jahr, als die Ukrainer ihre Gegenoffensive gestartet haben. Alles rund um die bekannten Orte Rabotena, Verbavoye, da hat Popov die Linien gehalten und ist äußerst populär bei den Soldaten und hat immer wieder auch Widerworte geleistet, hat immer wieder die Führung kritisiert, vor allem den Generalstabschef Valery Gerasimov und hat ihm die Fehler, die passieren in der russischen Armee, immer schonungslos berichtet, erzählt darüber. Und das hat vielen nicht gefallen und deswegen heißt es hier, dass man diesen General verhaftet hat, nach dem Motto, eine Rache für all die Widerworte und man wirft ihm jetzt hier Betrug vor und die Militärblogger stellen sich geschlossen hinter Popov. So was habe ich auch noch nicht erlebt, dass sich da so eine Fallangst bildet, um diesen Mann zu schützen. Dankeschön, nach Moskau. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid habt, dann geht's mit dem Motto, dann geht's mit dem Motto.